Glaubst du, dass du anderen Menschen ein gutes Vorbild bist in deinem täglichen Wirken als Christ? Dann nimm dir bitte einmal eine ruhige Minute und sei einfach mal so richtig stolz auf dich. Dann ist es beileibe oft nicht einfach, dem gar so guten Willen auch Taten folgen zu lassen. Ich denke, die meisten Menschen haben intuitiv ein Gefühl dafür, was gut und richtig ist. Auch dann, wenn sie vielleicht nicht mit Gott und der Bibel vertraut sind. Doch auch so zu handeln, wie es richtig wäre, erfordert oft Mut, Disziplin und die Bereitschaft, möglicherweise daraus resultierende Konsequenzen zu tragen. Beispielsweise, sich von ungesunden Verhaltensmustern zu distanzieren. Worte allein sind bereits mächtig. Und Taten sagen manchmal mehr als tausend Worte. Doch wenn wir es schaffen, beides in Einklang zu bringen und unserem guten Reden auch entsprechende Taten folgen zu lassen, entsteht eine authentische und kraftvolle Symbiose, die wahrlich Berge zu versetzen vermag. Bereits in unserem Innern stärkt das Gefühl der Stimmigkeit unser eigenes Selbstbewusstsein, sowie auch unsere Ausstrahlung. Zudem geben wir so dem lieben Gott die Möglichkeit, durch uns hindurch in der Welt zu wirken. Indem wir Verantwortung für unser Handeln übernehmen und als Vorbilder vorangehen, können wir andere Menschen dazu motivieren, es uns gleich zu tun und somit einen großen Beitrag zu einem friedlicheren Miteinander schaffen. Viele Menschen unterschätzen ihre innewohnende Kraft. Gott hat jedem von uns die Möglichkeit gegeben, einen signifikanten Unterschied in dieser Welt zu machen. Schon ein kleiner guter Gedanke oder eine Geste der Hilfsbereitschaft kann auf das Leben von anderen Menschen einen großen Einfluss haben und eine Kette unvorhergesehene Ereignisse auslösen. Lasst uns daran bitte immer denken und beherzt das Wort Gottes im Umgang mit unserem Nächsten sichtbar werden lassen. Als man mich gefragt hatte, ob ich mitmachen würde, habe ich mich mal intensiver schon einige Zeit mich mit dem Wort beschäftigt, da ich nicht wirklich wusste, was man so dazu sagen soll. Aber meine Gedanken wurden auf zwei Bibelstellen gelenkt. Da ist einmal unser Mose. Er weiß, er konnte aus menschlicher Hinsicht, weil er Selbstzweifel hatte, seine Beauftragung zu 100% nicht erfüllen, wozu Gott ihn ersehen hatte. Dadurch konnte er nicht mit einziehen, sondern Joshua führte sie, wo Milch und Honig fließt, in die wunderschöne Stadt. Er durfte nur einen Blick vom Weiten genießen, von der wunderbaren Stadt. Doch durfte er mit Jesu und Elia auf dem Berg erscheinen, vor den Jüngern Jesu. Die zweite Stelle ist in der Apostelgeschichte 5, wo zwei Menschen hingingen, ihr gutes Land für Gott zu verkaufen. Das hört sich ja eigentlich super an. Doch liest man weiter, hört man, so kommt es, dass man Gott betrügen wollte. Was beide im Nachhinein leider auch, da sie vorsätzlich gelogen hatten und es abgesprochen hatten, ihr Leben geben mussten. So lasst uns stets im Werke Gottes helfen, was wir können und dürfen. Aber nicht, damit man sieht, was wir tun, sondern weil es uns ein Bedürfnis ist. Und immer mit ganz offenen und ehrlichen Herzen Gott und unserem Nächsten dienen. Nicht nur sagen, auch machen. Mein Bruder und ich durften diesen Satz sehr oft hören, vor allem wenn unsere Eltern uns bezüglich unseres Verhaltens ermahnt haben oder wir unsere Aufgaben auf später verschieben wollten. Meistens haben wir nämlich nur das gesagt, was unsere Eltern hören wollten. Ja, okay, mache ich. Ich kann das später auch noch machen. Und dann haben wir es natürlich schnell wieder vergessen. Wie oft vergessen wir Christen im Alltag nach den Geboten Jesu zu handeln? Wie schnell kommt uns eine kleine Notlüge über die Lippen? Wie schnell lästern wir über unsere Mitmenschen? Wenn genauer darüber nachgedacht wird, passiert all das und noch viel mehr. Öfter, als wir es uns selbst zusprechen würden. Und dann werden wir im Gottesdienst daran erinnert, wie es richtig laufen sollte und bekommen zum Glück eine neue Chance, durch die Sündenvergebung es besser machen zu können. Nur das fällt uns häufig sehr schwer. Wenn der Dienstleiter vorne steht und uns etwas über gottgefällige Verhaltensweisen erzählt, wir aber den Menschen hinter dem Alter privat kennen und wissen, dass er selbst sich nicht daran hält, können wir uns selten für die gut gemeinten Worte öffnen. In diesem Fall müssen wir aber über unseren Schatten springen. Und der Dienstleiter weiß vermutlich selbst, dass auch er sich diese Worte zu Herzen nehmen sollte. Nur weil andere sich nicht bessern können, heißt es nicht, dass wir uns nicht bessern können. An dieser Stelle kommt mir der Spruch Auge um Auge, Zahn um Zahn in den Sinn. Instinktiv wollen wir vielleicht manchmal danach handeln und demnächst seine schlechten Taten zurückzahlen. Lasst uns doch in Zukunft versuchen, dem Teufelchen auf unserer Schulter nicht heute zu sagen und dieses nicht heute auch in die Tat umzusetzen. Zahn in den Sinn.